James Braid war ein schottischer Chirurg und Hypnoseforscher. Leben James Braid war der dritte Sohn und das siebte und jüngste Kind von James Braid und dessen Frau Anne Sotty. Braid ging bei den Chirurgen Thomas und Charles Anderson in Leit in die Lehre und studierte als Teil der Lehre auch von 1812 bis 1814 an der Universität Edinburgh, wo er 1815 ein Chirurgendiplom erlangte, anschließend fand er eine Chirurgenstelle bei den Bergwerken in Leit-Hilz. Am 17. November 1813 heiratete er Margaret Mason. In der Zeit in Leit-Hilz hatte das Paar vier Kinder, von denen zwei später das Erwachsenenalter erreichten. 1825 eröffnete Braid eine eigene Praxis in Dumfries, zog aber 1828 nach Manchester, wo er bis zu seinem Tod praktizieren sollte. Als studierter Arzt war er Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Vereinigungen des Königreichs. Er galt als Kapazität bei der Behandlung von Fehlbildungen, insbesondere von Klumpfus. Braid wurde im November 1841 durch eine Demonstration des Magnetiseurs Charles Lafontaine auf den animalischen Magnetismus aufmerksam. Nach weiteren Vorführungen des Magnetiseurs war Braid überzeugt, dass es sich um ein wissenschaftlich ergründbares Phänomen handele. Anders als von den Magnetiseuren wie Lafontaine propagiert, glaubte Braid nicht an eine Verwandtschaft zum physikalischen Magnetismus. In seinen Untersuchungen und Experimenten gelang es ihm, sich selbst in einen Trassezustand zu versetzen. So wie Lafontaines Magnetisier-Experiment ohne Körperkontakt zu reproduzieren. Noch im selben Monat, im November 1841, postulierte er eigene neue Theorien über einen psychophysiologischen Zusammenhang und prägte hierfür den Ausdruck Neurohypnology, welches er später auch zu Neurohypnology verkürzte. Braid definierte seinen Neurohypnotismus auch als Nervous Sleep, der vom natürlichen Schlaf signifikant abweiche. Der heutige Begriff der Hypnose war bereits 1820 in Frankreich geprägt worden und auch Braid verwendete dieses Wort der Kürze halber. Im Original seines Buches Neurohypnology von 1843 ist entgegen an das lautenden Informationen keine Rede vom Gott des Schlafes Hypnos. Die verschiedentlichen okkulten Erklärungen rund um das Phänomen lehnte Braid ab, wurde aber dennoch 1842 von dem kalvinistischen Prediger Junile mit den satanischen okkulten Hexern wie Lafontaine gleichgesetzt, die das Werk des Teufels praktizierten. Dies veranlasste Braid zu gegen Darstellungen, skeptisch aufgenommenen Berichten an die wissenschaftlichen Vereinigungen, bei denen er Mitglied war. So wie 1843 zur Veröffentlichung seines Buches zu dem Thema gab er in Manchester einen viel beachteten öffentlichen Vortrag. Um 1852, 53. prüfte Braid auch die Experimente von Michael Ferday und William Benjamin Carpenter zur okkulten Praxis des Discher Rückens, welches über lange Zeit mit Geistern erklärt wurde, danach mit einer ektinischen Kraft der Seasse Teilnehmer. Braid bestätigte hingegen die Theorien seiner Kollegen zum ideomotorischen Prinzip. Zu einer Zeit, als in der medizinischen Anästhesie gerade die allerersten erfolgreichen Versuche durchgeführt wurden, war die Hypnose eine der wenigen Methoden zur Schmerzstillung bei Operationen. In Großbritannien wurde er nach seinem Tod 1860 kaum noch beachtet, in Frankreich hingegen wurden seine Ideen aufgegriffen. Kurz vor seinem Tod hatte Braid seinem französischen Kollegen Etienne Eugène Azam ein heute verlorenes Manuskript über den Hypnotismus gesandt. Werke James Braid Neurhypnology or the rationale of nervous sleep, considered in relation with animal magnetism, illustrated by numerous cases of its successful applications in the relief and cure of disease. John Churchill, London 1843 James Braid Hypnotic therapeutics Illustrated by cases With an appendix on table moving in spirit wrapping Reprinted from the Mondly Journal of Medical Science Juli, p. 20. William Thierry Pryor Die Entdeckung des Hypnotismus Dargestellt von W. Pryor Nebst einer ungedruckten Originalabhandlung von Braid In deutscher Übersetzung Verlag von Gebrüder Pettel Berlin 1881 William Thierry Pryor Der Hypnotismus Vorlesungen gehalten an der K. Friedrich Wilhelms Universität zu Berlin von W. Pryor Nebst Anmerkungen und einer nachgelassenen Abhandlung von Braid aus dem Jahre 1845 Urban und M. Schwarzenberg, Wien 1890 Bad 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 und M. Schwarzenberg, Wien 1890